hallo und herzlich willkommen leute zu einem neuen video auf meinem kanal ja ihr seht das schon am titel doch keine chartanalysen heute müssen wir nochmal auf morgen verschieben hat zweierlei mit zweierlei dinge zu tun erstens ich muss noch eine menge andere videos schneiden heute ich krieg das also zeitlich nicht gebacken weil das ein bisschen mehr aufwand ist als einfach mal so hier in die kamera zu schnacken zweitens das thema scams das geistert wieder extrem rum hier generell auf youtube auf instagram auf dem kanal und apropos instagram haben natürlich auch viele gefragt ja hier mein profil ist nicht mehr erreichbar die finden mich nicht mehr blablabla das möchte ich euch auch einmal eben erklären was da los ist auslöser jetzt natürlich auch mit ja das video hiervon ehrenbruder crypto gang dass der ein aus seiner community habe ich gerade gesehen 270.000 euro gemobst worden sind durch solche scammer deswegen möchte ich auch jetzt hier nochmal explizit davor warnen weil das einfach extrem rum geistert also lasst auf jeden fall hier ein like und abo da wichtig auf jeden fall zur unterstützung von den kollegen ja was jedenfalls das thema ist und ich möchte ihr kennt das da dass die kommentare da voll sind von meiner whatsapp nummer und mit meinem profil bild also natürlich nicht meine richtige nummer sondern einfach irgendeine scam nummer da in dem fall dann wird das profilbild kopiert und die spammen die da die kommentare voll bis zum geht nicht mehr so ganz wichtig möchte euch bitten euch die kommentare zu sparen von wegen ja wer so dumm ist und darauf reinfällt der verdient das auch abgezogen zu werden spart euch das bitte das hat nicht immer per se was mit dummheit zu tun das ist häufig auch einfach unwissenheit und gutgläubigkeit insbesondere bei etwas älteren leuten habe ich schon häufig gehabt in der community dass da einfach aus aufgrund dessen was verloren geht weil die generell nicht so fix sind mit dem internet wie wir jungen butschies da heutzutage und ja dann geht das einfach mal ein bisschen schneller das hat nicht immer gleich was mit dummheit zu tun und niemandem auf der welt ja verdient ist durch so eine scheiße geld zu verdienen jedenfalls auf youtube ist das ja immer ich sage einfach mal halb so wild da die profile die da die haben ja immerhin noch einen unterschiedlichen namen soja die kopieren mein profil bild kommentieren dann darunter und sagen ja hier ich habe was wichtiges für sie aber du siehst ja dass der name schon die nummer ist also ein komplett unterschiedlicher name ist und als solches und das ist immer noch relativ einfach dass ich das dann erstens die meisten scambods du hast ja bei youtube so einen schönen spam filter da sind dann so wörter wörter wie whatsapp trading strategie und et cetera habe ich da alles drin deswegen tut es mir auch manchmal leid dass manche kommentare vielleicht nicht angezeigt werden und dann meinen leute ich werde das alles löschen was kritisch ist ich habe wirklich viele viele wörter im spam filter einfach um den großteil an scammern das schon mal im vorfeld rauszufiltern weil ich kann nicht 7000 kommentare am tag löschen so und das ist ja schon deutlich weniger geworden dadurch aber ich habe ja trotzdem die möglichkeit das manuell immer noch zu löschen und man erkennt es eigentlich relativ gut also dass da wirklich auf diese youtube scheiße einer reinfällt das ist auch schon länger nicht mehr der fall gewesen jedenfalls dann kommt der schinken instagram da ist das extrem eklig extrem gefährlich und auch deutlich schlimmer weil instagram daten scheiß juckt also marcel von crypto gang hat da jetzt auch gesagt von wegen das kann man instagram nicht vorwerfen doch instagram ist zu 100 prozent daran schuld und auch youtube ist zu 100 prozent daran schuld denn bei instagram ist es so die scammer die kopieren komplett aber eins zu eins dein profilbild deinen namen da wird vielleicht maximal ein buchstabe oder ein sonderzeichen geändert teilweise wird dann das kleine l durch das große i nur getauscht was exakt gleich aussieht also das wirklich exakt den gleichen namen eins zu eins die follower werden gekauft eins zu eins ist es genau die gleiche anzahl ist die highlights werden kopiert also wirklich das ganze profil zu 100 prozent kopiert und ja dass da einer drauf reinfällt weil klar die sind da alle die kommen aus indien rumänien oder keine ahnung woher und sind mit vpn unterwegs und die schreiben damit google untersetzer da so ein gebrochenes deutsch aber auch ich habe in meiner in meinem freundeskreis teilweise oder bekanntenkreis besser gesagt leute auch mit migrationshintergrund die selber angebrochenes deutsch sprechen spricht die erkennen das nicht dass da einer jetzt mit google übersetzer unterwegs ist und den was böses will oder dass da generell jemand hinter sitzt der was böswilliges will und dann war das tatsächlich vor gut zwei monaten habe ich meinen instagram account aktiviert oder anderthalb monate ich weiß nicht aufs datum genau wie lange es her ist dass das so extrem überhand genommen haben dass da tatsächlich drei vier fünf sechs profile von mir am tag rausgesprochen sind und ich habe ungelogen eine dreistellige anzahl an nachrichten bekommen am tag hey bist du das ich wurde gerade angeschrieben irgendwie klingt das so komisch und ich habe dich auch irgendwie zweimal in meiner liste aktuell bist du das wirklich dreistellig am tag so und dann werden diese profile immer gemeldet und deswegen ist diese schuld auch zu 100 prozent bei instagram eines der profile wurde 100 100 über 100 mal gemeldet weil ich habe dreistellige nachrichten gehabt und jeder hat mir im endeffekt geschrieben er hat dieses profil gemeldet und zusätzlich gibt es aber instagram grundsätzlich diese schöne funktion dass wenn du selbst imitiert wirst dass du das mit ausweiskopie hochladen kannst und wirklich beweisen kannst ja hey nur du bist der echte alles andere ist fake und dann werden diese profile gelöscht sollten sie gelöscht werden das habe ich gemacht erstens das ist ein riesen aufwand da jedes mal den den mit ausweiskopie und da so ein textformular und so weiter auszufüllen 60.000 haken zu setzen dann machst du das und dann kriegst du als antwort von instagram ich weiß nicht ob ich den screenshot noch wieder finde dann blende ich das hier mal ein jedenfalls kriegst du von instagram an als antwort tut mir leid wir haben nicht feststellen können dass dieses profil gegen unsere richtlinien verstößt und können es daher auch nicht unternehmen identitätsdiebstahl personen imitation scams verkaufen betrugsseiten locken follower kaufen warum sollte das auch irgendwie gegen die richtlinie verstoßen ist das normalste von der welt dann brauchen wir doch mehr davon ja das push den insta-algorithmus das ist aktivität ja der schreibt der leute an 100 nachrichten am tag fließen dadurch wichtig da können die mir doch nicht erzählen dass innerhalb von zehn jahren ein mehrere multimilliarden dollar unternehmen nicht in der lage sind einen vernünftigen scam filter oder einen algorithmus einzufüllen der solche bots daraus filtert warum passiert dann nichts weil das einfach nicht die priorität hat weil denen das scheiß egal ist sie haben eine monopolstellung und dann juckt die nicht wer darum geistert ja also das können die mir nicht erzählen dass das nicht möglich ist irgendwas da einzuführen dass das raus filtert ja dann tut euch gerne doch mit veracity zusammen hier die haben das mit breitkauf vernünftig doch getestet 96 prozent hat veracity ausmerzen können da in dem sinne dass das besser geworden ist durch fake ip adressen durch bots durch die ganze scheiße ja was die kann das schon veracity hat die lösung für euer scheiß problem da setzt euch mit denen in verbindung macht das drückt in der milliarde in die tasche und ihr habt das problem gelöst die ganze scheiße gibt es nicht mehr das hat so extrem überhand genommen dass es mich einfach so krass genervt hat dass ich deswegen mein instagram profil deaktiviert habe ja also nicht einfach instagram gelöscht sondern komplett mein profil per support da deaktiviert ist nicht mehr da deswegen funktioniert mein insta link in der video beschreibung nicht und ihr erreicht mich da nicht weil das einfach too much wurde und ja und ich muss darüber hinaus von den ganzen scams jetzt mal ab einfach mal gestehen das fühlt sich richtig gut an ich bin jetzt gut anderthalb vielleicht zwei monate ohne instagram und das fühlt sich verdammt gut an diese scheiße braucht kein mensch klar es für jemanden wie mich ist das auch irgendwo reichweite die generiert wird und auch einnahmen ja teilweise wenn ich da irgendwie jetzt eine story mache oder so die entweder gesponsert ist oder vielleicht einfach nur ein affiliate link ist ja teilweise habe ich da zwei 300 euro mit nur einer einzigen story verdient so also klar ist das auch irgendwo eine einnahmequelle die mir weg bricht aber ehrlich ich habe da keinen bock mehr auf die scheiße und solange instagram das nicht löst und das werden die nicht lösen habe ich da auch kein interesse an das zu deaktivieren und generell wie gesagt mir geht es aktuell sehr sehr gut über instagram ich habe seit vier jahren kein facebook ich habe kein tik tok ich habe kein snapchat oder sowas also absolute social media detox ich habe youtube und twitter telegram sowieso für die community und das reicht mir ja dementsprechend aktuell ich weiß nicht ob ich jemals das instagram wieder aktivieren werde weil es fehlt mir null die erste woche war ein bisschen schwierig ja du guckst aufs handy hat die app ist gar nicht da und selbst wenn du sie installiert hast kommst du nicht rein weil du das profil manuell über ein support es wieder aktivieren müsstest dementsprechend es gefällt mir wirklich sehr gut so und das kann ich auch nur jedem einfach mal davon ab ans herz legen macht auch einfach mal eine social media pause diesen bombs den braucht kein schwanz und ja das ist auf jeden fall der grund warum mein instagram deaktiviert ist wegen einfach zu vielen scammern daher noch mal gesagt weder ich noch irgendwelche youtube kollegen werden euch jemals darum bitten irgendwo hin geld zu überweisen erst recht nicht an uns selber die sich die personen die geben sich natürlich immer für uns aus so von wegen ja hier ich kann mit eurem geld arbeiten und ich mache da was richtiges draus und ich mache da mehr geld draus und so eine scheiße also nochmal fallt da bitte nicht drauf rein und ja ich weiß gar nicht was ich da noch zu sagen sollte also als ich das video da gesehen habe mit 270.000 euro es tut mir wirklich leid an den guten mann generell an alle die mal darauf reingefallen sind wie gesagt hat hat nicht per se was mit dummheit zu tun oder selber schuld oder so ein quatsch also ja ich denke jeder hat das schon mal irgendwie gehabt und wenn das das callcenter ist was anruft ja das ist häufig einfach die gutgläubigkeit und die unwissenheit weil wenn dich irgendwie jemand anruft ja gerade bei älteren leuten ja die kennen diese ganze internet scam scheiße gar nicht ja da geht man nicht in erster linie davon aus okay jeder der mich anruft da könnte jetzt eine böse gestalt hinter stecken die mich um mein erspartes erleichtern möchte nein das ist einfach eine gutgläubigkeit und ja das wünsche ich keinem dass das irgendwie passiert und wir können nichts dagegen machen abgesehen von die kommentare immer wieder löschen und darauf hinweisen das ist halt leider das problem ich habe auch schon häufiger gesagt ähm dass ich kommentare komplett deaktiviere und alles manuell bestätigen muss aber dann habe ich auch achtmal so viel arbeit dahinter das ist auch schlecht für youtube algorithmus und also ein gedöns aber ja was willst du machen äh vor jedes video irgendwie ein disclaimer packen das ist auch kacke weil 99 prozent davon wissen es halt und die sind nur davon genervt und dann heißt es wieder hat das nervt ich will das nicht jedes mal sehen ja also was sollst du da machen wir sind da tatsächlich alle wirklich machtlos ähm aber wie dem auch sage ich hier seid ihr nochmal alle auch alle die jetzt vielleicht neu sind in den letzten tagen wochen monaten dazu gekommen sind ich habe lange keine scam warnungen mehr hier raus geschickt weil es natürlich eigentlich irgendwo selbstverständlich ist weil es solche videos auch schon gibt aber es geistert leider immer wieder rum dementsprechend ja nochmal ganz klar gesagt fall bitte nicht auf solche leute rein weder ich noch irgendjemand anders wird euch jemals um geld bitten oder euch in gebrochenen deutsch schreiben dass ihr irgendwo geld hin überweisen sollt also weiteres thema ja diesen verifiziert heiz haken dazu bekommen der ist auf insta irgendwie unmöglich das habe ich auch schon hundertmal beantragt das kommt einfach nicht durch das wird immer wieder abgelehnt weil es dann heißt du bist noch nicht berechtigt hast zu wenig follower oder bist keine person des öffentlichen lebens ich weiß nicht ob man sich das sogar erkaufen kann theoretisch und wenn dann ist das halt auch quatsch da so wie ich glaube die wollen das ja mittlerweile einführen genauso wie elon musk mit twitter das gemacht hat diesen blutcheck kannst du theoretisch für acht oder elf euro da im monat kaufen aber ganz ehrlich können auch nicht für jede scheiße da jetzt geld bezahlen also auch wenn es grundsätzlich nicht viel ist aber naja deswegen instagram profil ist deaktiviert bleibt auch erstmal so ich weiß nicht ob wann oder ob ich es überhaupt jemals wieder aktivieren werde und ihr seid damit nochmals gewarnt und schickt das natürlich an andere leute informiert andere leute darüber über scammer es kommen natürlich auch mal welche in telegram gruppen die versuchen wir natürlich auch mal so schnell wie möglich rauszuschmeißen aber manchmal sind das halt einfach so undercover scammer die da auch nur drin sind und dann halt wirklich warten bis es dann irgendwie nachts wird oder ich dann oder die admin zwar nicht aktiv sind damit die dann anfangen können die leute alle anzuschreiben und so weiter dass man nicht so schnell reagieren kann und diese leute rausschmeißen kann also das ist ja leider das problem die scammer sind ja auch nicht blöd im kopf ne die sind ja leider nicht auf den kopf gefallen und denken sich immer ekligere strategien aus weil es lohnt sich ja scheinbar sonst würden sie es nicht machen wenn es wenn es immer wieder irgendwelche leute gibt wie hier jetzt auch so ein großer fisch dass sie den mal an der angel haben und da 270.000 euro weg sind alter falter so lange das funktioniert lohnt es sich ja scheinbar es gibt ja immer noch genug die darauf reinfahren sonst würden sie es ja nicht permanent machen naja ich wiederhole mich hier jetzt so oft ihr seid gewarnt morgen machen wir ausführlich die chartanalysen wir gehen alle märkte durch und dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten Video haut rein